Ja, einen wunderschönen guten Tag. Wir sind jetzt hier auf dem Carbon Open Air. Ein supergeiles Festival und wir freuen uns tierisch, dass wir dann nachher gleich auf die Bühne gehen dürfen. Und noch ist alles etwas ruhig, aber das wird sich gleich ändern und ihr seht dann nachher Bilder von was hier abgeht. Ich will nicht sagen 저st. Ich kann es nicht unionbetreuender. weil ja w ja w ja Nur Verliert Der du das was ich brauch Was ich brauch Hast du Ficken gesagt? Geil, beim letzten Konzert gab es den ersten, der überhaupt bei diesem Song irgendwie mal Ficken gesagt hat Das fand ich total großartig Mach nur wie eine schlechte Worte Sie sagt das Richtige Und sie hat erwähnt Sie hört gut zu und jeder mag sie Zumindest jeder, der sie kennt Sie ist Briesener Ein tollsteil Hessenfried Ist politisch interessiert Und hat ihr eigenes Lied Zeit und Lieder stehen sie Auf rechtsabhängen Spuren Und viele haben es einfach Einfach nicht gesehen Der kalte Krieg Wird so heiß wie nie Alle verbergen ihre Rede und Gehen Die gehen von nichts und Faktor fallen Auf über 45 Weil jeder da noch schrägt Ein Übermiss sein Wenn Amok sein zum Trend wäre Ist es dann die Zeit für Nichts Mord dazu Und Ja Como Wir 17 Jahre, hat die Sechster Moor kurz grünen Haare und Aktives reservatieren Die Strasse, da liebt sie und die Freundin mit ihr, meiner für alle Gemeinschaft geführt. Auf ein paar Gruppkonzerte, das ist nur wie klar, da steht sie ganz vorne und heute ist sie da. Ich habe die Traktor vor ein paar Jahren noch im Rockweg kennengelernt, fand die damals schon ziemlich geil, hat mir ziemlich viele Freunde, darauf bekannt, rockt ohne Ende und heute sind sie immer noch so geil und hat mich tierisch gefreut, die wiederzusehen. Rock Jungs, definitiv. War ein schöner Gig gewesen. Hallo. Etwas verschwitzt, Petro, wie immer, entweder zeigt er seinen Vollbart oder seinen Finger oder seine Stimme irgendwie so in der Kamera. War schön, hat Spaß gemacht, Wetter ist saugeil und ja, war ein schöner Abschluss von den ganzen Open-Air-Geschichten jetzt so dieses Jahr. Die Traktor, die Traktor! Ja, es war geil, wieder geiles Bühne, geiles Leute, geiles Festival, geile Gruppen, Karben ist geil. Karben war geil, hat Spaß gemacht, das letzte Festival für dieses Jahr. Dieses Jahr, oh ja, genau, das ist unser letztes Festival und konnte nicht besser sein, Karben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.